Themen dieses Films sind Aufbau und Funktion des Gehirns. Egal ob gerade anstrengende Kopfarbeit oder körperliche Geschicklichkeit gefragt ist oder einfach nur Spaß. Unser Gehirn ist immer das Aktivste aller Organe und übernimmt die zentrale Steuerung der einzelnen Körperprozesse. Um diese enormen Leistungen erbringen zu können, benötigt das Gehirn große Mengen an Sauerstoff und Glucose. Unser Gehirn ist ein gigantisches und komplexes Rechenzentrum. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Untertitelung des ZDF, 2020